Die Wahrheit. Du willst also die schonungslose Wahrheit von mir hören? In verbotene Geständnisse stecken 66 meiner ehrlichen Gedanken und Gefühle, die ich dir so noch nie gesagt habe. Was ich wirklich denke? Über dich? Über uns? Bestell das neue Deck jetzt und finde es heraus. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit wird uns dieses Deck hier liefern. An verbotene Geständnisse ist jetzt erhältlich. Meine Lieben, ein neues Deck ist da. Neues Deck bedeutet immer neue Botschaften. Und dieses Deck liefert nichts anderes als die blanke und vielleicht muss ich dazu sagen, bittere Wahrheit. Denn dieses Deck beleuchtet die Schattenseiten. Ja, ich weiß, viele gucken immer gerne weg, viele reden auch irgendwas immer schön. Aber ich bin der Meinung, Licht als auch Schatten, Yin und Yang, hell und dunkel. Es ist schön, die tollen Dinge einer Herzbeziehung, einer Seelenpartnerschaft zu beleuchten, aber die Schattenseiten gehören eben auch dazu. Deswegen dieses Deck, 66, ich muss sagen, knallharte Botschaften, die man vielleicht auch gar nicht so gerne hören möchte. Deswegen, das Deck hier ist nichts für jedermann, nichts für schwache Nerven. Wenn ihr nicht bereit seid für die Wahrheit deines Herzmenschen, dann lasst die Finger von diesem Deck. Für alle anderen, es ist so noch nie da gewesen. Ich habe das Gefühl, die meisten Kartendecks bis auf Tarot sind immer sehr positiv und ich wollte mal genau das Gegenteil bringen. Hier ist alles vertreten. Alles, was sich dein Herzmensch vielleicht hinter der Maske denkt, die aber so noch nie gesagt hat. Affäre. Deine Vorstellung von uns ist eine andere als meine. Auf dem Sofa abends, in einer großen Legung oder einfach als Tageskarte. Was denkt mein Herzmensch heute? Was stört ihn? Was nervt ihn? Was verschweigt er mir? Dieses Deck könnt ihr fragen. Und es kommt zu euch nach Hause in einem wunderschönen grünen Sampbeutel. Und wunderschön ist auch das Stichwort. Jetzt, wo ich es in der Hand halte, es ist der blanke Wahnsinn. Es ist so viel schöner geworden, als ich das eigentlich geplant hatte. Denkt daran, wir Seelen sind hier, um zu wachsen. Ja, und wir können nur wachsen, wenn wir uns auch die Schattenseiten angucken. Wenn wir uns mit unseren Blockaden beschäftigen. Wenn wir auch die Dinge betrachten, die vielleicht nicht so schön sind. Und genau deshalb, mein Lieben, Team Sunshine habe ich dieses Deck gemacht. Ich habe eine gewisse Stückzahl am Lager. Und ich werde jedes der Pakete selber packen. Und dir dein Deck, bevor es bei dir ankommt, mit ganz viel positiver und ehrlicher Energie aufladen. Meine Lieben, wenn ihr Lust habt auf ein Paket von mir, dann schlagt gern zu. Und ansonsten muss man auch wirklich mal betonen, wer eine Kartensammlung hat, ne, mein Lieben? Und wow, also das steht ganz vorne in meinem Regal. Verräter. Ich habe mein Wort nicht gehalten, weil es mir nicht wichtig war. Aha, der Herr. Okay. Wir schauen heute rein mit diesem Deck. Habt viel Freude damit. Und wenn ihr Lust habt, eins zu gewinnen, ich werde heute drei verschenken. Kommentiert dafür gerne einfach einen grünen Emoji eurer Wahl. Und mir kommt da tatsächlich gerade die Schlange rein. Kleiner Funfact. Die Inspiration für dieses Deck kam mir, als einer von euch bei einer privaten Legung von mir gesagt hat, Sunny, wenn du mir heute die Karten legst, bitte sei hundertprozentig ehrlich. Ich ertrage das und ich will das. Ich will die blanke Wahrheit haben, hat sie zu mir gesagt. Und daraufhin dachte ich mir, genau so ist es. Man tappt so lange im Dunkeln, bis man die Augen dafür aufmacht, was gesehen werden will. Und deswegen dieses Deck, mein Lieben. Habt ganz viel Freude damit. Und ich bin gespannt, was es uns hier heute mitteilen möchte. Wir legen los. Und zwar bitte ich um klare Botschaften. Klare Botschaften, bitte. Was nervt ihn? Wenn er jetzt ehrlich zu dir sein könnte. Was hat dieser Mensch auf dem Herzen? Uh, die absolute Premiere. Und es fallen direkt zwei Karten. Sucht. Ui, 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 ui. Er hat ein Laster. Und er hat es dir verschwiegen. Es könnte sein, dass dein Gegenüber eine Sucht hat. Ja, entweder Drogen, Alkohol, eine Spielsucht, eine Esssucht, eine Sucht nach Sex. Könnte auch sein. Hier ist ein Verlangen, welches dein Gegenüber hat. Und er hat es dir verschwiegen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich anstrengend ist. Daher auch die Frage, die wir gestellt haben. Was nervt ihn? Ihn nervt, dass er diese Sucht vor dir verstecken muss. Ihn nervt, dass er dir, ja, nicht ehrlich begegnen kann. Ob das jetzt dein oder seine Schuld ist, ist gerade völlig egal. Es nervt ihn. Er muss etwas vor dir verstecken, etwas vor dir verheimlichen, vertuschen vielleicht sogar. Oder Ausreden finden, ne. Du hast vielleicht mal gefragt, warum hast du so eine Fahne? Was? Ne, ach, ich hab nur in Mancherie gegessen. Das ist das Kaugummi von eben, ja. Oder aber, dieser Mensch will vermehrt Sex haben. Ja, und du fragst dich, Mann, warum will der immer nur das eine? Ja, hier ist so eine Imbalance, absolut das Thema heute. Eine Sucht ist auch ein Schattenthema. Und es nervt ihn, es nervt ihn dieser Ballast, den er vor dir verheimlichen muss und weswegen er vielleicht sogar auf Abstand gegangen ist. Und das kann man absolut nachvollziehen. Wenn man eine Sucht hat und die verheimlichen will, wie macht man das denn am besten? Genau. Indem man alle anderen Menschen, die es nicht mitbekommen sollen, von sich wegschiebt. Denk mal darüber nach. Hau ich mal für dich rein. Wo könnte das bei deinem Herzmenschen zutreffen? Ja? Wo nervt ihn hier vielleicht eine Sucht, die er dir gegenüber verheimlichen möchte? Du drängst mich zu sehr, sagt er. Vielleicht weißt du auch von seiner Sucht und ihr habt sogar mehrmals darüber geredet und du hast ihn gedrängt zu einem Entzug. Du hast ihn gedrängt, ein besserer Mensch zu werden. Du hast ihn vielleicht sogar beschimpft oder ihm Vorwürfe gemacht, wegen dieser Abhängigkeit, die er hat. Kann übrigens, was mir gerade reinkommt, auch eine Ehefrau sein. Vielleicht ist diese Sucht, diese Abhängigkeit auch eine Ehe, die er einfach nicht verlassen will. Und du drängst ihn dazu sehr, sagt er. Es nervt ihn. Sie drängt mich, sie beschwätzt mich, sie beschimpft mich, sie macht mir Vorwürfe, ja? Sie will die ganze Zeit und ist am Pushen. Es geht ihr nicht schnell genug, ja? Dieser Mensch ist auf Abstand gegangen, weg von dir, weil ihn das nervt. Wow. Auf die Frage, was nervt ihn, hätte ich gerne noch eine Tarotkarte, um das Thema zu vertiefen. Und ihr merkt schon, ja, es ist unangenehm, aber es ist die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit spiegelt es uns wieder, dieses Deck. Oh, die zwei der Kelche. Es ist nicht so, sagt das Tarot, dass dieser Mensch nicht mit dir sein möchte. Nein, er ist gerne in deiner Anwesenheit, aber in irgendeinem Punkt machst du hier zu viel Druck. Vielleicht wart ihr auch einfach in der Kennenlernphase und du wolltest so unbedingt eine Beziehung haben. Hast hier gesagt, wir müssen jetzt hier aufs nächste Level, wir müssen uns öfter sehen, wir müssen uns mehr sehen, ja? Es kann auch sein, dass dieser Mensch nicht beides unter einen Hut kriegt. Diese Sucht und dich. Und er deswegen sagt, boah, ne, ich kann das so einfach gerade nicht, ne, das nervt mich. Wie soll ich das denn schaffen hier beides gleichzeitig? Dann gehe ich auf Abstand, ja? Dann nervt sie mich nicht mehr. Ich habe hier genug Zeit, mich dem zu widmen. Beides geht nicht. Obwohl dieser Mensch mit den zwei der Kelchen gerne bei dir ist, sagt das Tarot. Okay. So, unseren schönen grünen Samtbeutel, den giftigen Samtbeutel, den legen wir mal weg. Und schauen auf diese Frage und zwar mit einer Runa. Unsere wunderschönen Obsidian Runen. Die gibt es auch im Shop. Was sagen die uns denn noch dazu? Ich hätte gerne eine klare Energie. Was nervt ihn? Entweder ergänzend. Ui. Oder aber eine Zusatzenergie. Und wir haben die Ingwas. Die Ingwas steht für Fruchtbarkeit. Und hier ist der Wunsch nach Fruchtbarkeit. Was bedeutet das? Wachstum. Man will ein Level höher, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ihn nervt es, dass der Wunsch hier zu groß ist in eurer Verbindung, dass das mehr wird. Offizieller wird. Größer wird. Ihr mehr Zeit miteinander verbringt. Also im Grunde nervt ihn nicht die Zeit mit dir, sondern einfach, dass du so einen Druck machst. Ja? Und wenn du jetzt sagst, ne, ich habe sowas gar nicht erwähnt. Dann ist das vielleicht auch einfach indirekt. Du strahlst es aus. Mädels, vergesst niemals. Ja? Eine Frau, die braucht ihren Mund nicht aufmachen. Ihre Augen sprechen lauter als alles andere. Und ebenso ihr Verhalten. Ja? Und wenn Frauen needy werden, wie man so schön sagt. Ja? Wenn die so klammern, anhänglich werden, den Mann unter Druck setzen. Der ist schneller weg, als ihr gucken könnt. Das ist so ein Punkt. Ganz wunder Punkt bei Männern. Mögen die gar nicht. Ja? Wenn die sich in der Ecke gedrängt fühlen, finden die gar nicht gut. Ach. Hä? Was war das denn jetzt bitte? Ich wollte eigentlich nur den Beutel zuziehen. Aber die Botschaft, die will anscheinend zu uns. Oha. Okay. Das ist die Wunio. Und das Schöne ist, die Wunio spiegelt jetzt wieder die zwei der Kelche. Und die Wunio spricht von Freude und Glück. Von Harmonie. Von Wohlbefinden. Dieser Mann, ich höre, wenn es doch nur nicht so schnell gehen müsste. Wenn sie doch nur nicht so einen Druck machen würde. Ja? Der ist gerne bei dir. Der ist wirklich gerne bei dir. Mit dir. Der genießt die Zeit mit dir. Also die Stunden, die ihr habt. Und mir kommt hier wirklich durch, dass die so begrenzt sind oder waren. Die hat man sehr genossen, soll ich dir sagen. Wow. Was ein Auftakt. Na? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie gefällt euch denn die Art von Legung? Ihr könnt auch gerne mal das Video liken, damit ich es sehe. Einfach auch mal so ein bisschen die Schattenseiten zu beleuchten. Jetzt haben wir hier ein neues Deck, meine Lieben. Ach herrje. Ich freue mich schon auf die nächsten Tage. Boah. Das ist einfach ein Wahnsinn, ne? Joa. Wir machen weiter. Und zwar, was verschweigt er dir? Frage Nummer 2. Wow. Guckt euch das an, ne? Beim Mischen. Ah. Ich bin komplett hin und weg. Joa. Was verschweigt er dir? Ich hätte gerne klare Botschaften. Vielleicht seid ihr heute auch komplett neu dabei, ne? Dann denkt ihr euch, was ist denn hier los? Keine Sorge. Keine Sorge. Es gibt nicht jeden Tag ein neues Deck. Nur alle paar Monate. Und ja. Wenn er euch wohlfühlt, abonniert gerne den Kanal, mein Lieben. Heute ist halt so ein ganz besonderer Tag. Team Sunshine weiß Bescheid. Rückzug. Abstand. Rückzug. Du merkst, dieser Mensch entfernt sich von dir. Du wirst vielleicht sogar festgestellt haben, dass dieser Mensch dich ganz plötzlich geghostet hat. Der war vielleicht von heute auf morgen weg. Ja? Und die Frage ist, was verschweigt er dir? Er verschweigt dir tatsächlich, dass du ihm keine Luft zum Atmen lässt. Keinen Raum. Und auch hier, du drängst mich so sehr. Mann, lass mir doch mal ein bisschen Luft. Lass mir doch mal ein bisschen Freiheit. Lass uns das doch hier auf einem ganz natürlichen Wege sich entfalten lassen. Dieser Mann fühlt sich einfach in die Ecke gedrängt. Ja? Und das wirft ja nicht unbedingt gleich ein schlechtes Licht auf dich. Ja? Das sagt ja nicht, dass du zu schnell oder zu forsch warst. Manche Menschen sind einfach empfindlich. Ja? Und mit so jemandem hast du es zu tun. Mir kommt die ganze Zeit so ein Hundewelpe rein in einem Tierheim. Der erträgt es nur mal nicht, wenn da zehn Leute am Tag zum Gucken kommen. Da fühlt er sich in die Ecke gedrängt. Einmal am Tag, ganz langsam, ist okay. Ich kriege hier jemanden rein mit Bindungsangst. Ich kriege jemanden rein, der Nähe irgendwie schwierig findet. Vielleicht auch nur jetzt gerade in diesem Abschnitt seines Lebens schwierig findet. Aber er sagt, du lässt ihm einfach zu wenig Raum. Ja? Und das verschweigt er dir. Statt dir das mal zu sagen, hat er vielleicht einfach nicht mehr auf deine Nachricht geantwortet. Hat irgendwelche Ausreden gefunden. Ja? Hat vielleicht gesagt, du, die nächsten drei Wochen habe ich irgendwie gar keine Zeit mehr. Mensch, ich bin so viel am Arbeiten. Dieser Mann liebt vielleicht auch einfach den Rückzug. Die Ruhe. Ja? Könnte so ein Single-Mann sein, der auch allein in der Wohnung wohnt. Manche Menschen lieben auch wirklich das Alleinsein. Und das ist schön. Das spricht für den Charakter, wenn man allein sein kann. Schauen wir doch mal. Was hat Taro noch dazu zu sagen? Was verschweigt er? Boah, der Turm. Hier ist richtig viel los bei ihm. Könnte auch einen ganz lauten Knall gegeben haben. In seinem Leben. Irgendwie Job verloren. Oder in der Ehe hat es gekracht, weil er ist vergeben. Oder aber er hat einen Brief gekriegt vom Finanzamt. Hallo, Rückzahlung 30.000 Euro. Hier gab es so einen Schockmoment, kommt mir rein. Und der Schockmoment plus dieses Du, immer enger, hat nicht gepasst. Rückzug, sagt er. Hier oben, als auch hier unten, die Energie wiederholt sich. Man braucht Abstand, Zeit für sich, Luft zum Atmen, klar zu kommen. Man ist jetzt irgendwie gerade nicht bereit für was Liebestechnisches. Oder sich jetzt hier zum Beispiel auch noch um eine Frau zu kümmern. Und das kann man ruhig so sagen. Weil das ist der Job eines Mannes. Und das kriegt er gerade nicht unter einen Hut. Die Runen. Was sagen uns die Runen? Ach, herrje. Ui, ui, ui. Das ist sehr, sehr spannend, was hier heute vor sich geht. Die Algis. Und das ist die Schutzruhne. Und als wäre das nicht genug. Dieser Mann sucht gerade Schutz. Der Welpe, auf den wir hier liegen, im Tierheim, sucht Schutz in einer Ecke. Denn er fühlt sich von dir, vom Leben, in die Ecke gedrängt. Wow. Und das verheimlicht er dir. Warum, ist erstmal egal. Ob es ihm jetzt unangenehm ist, darüber zu reden. Oder ob er einfach keinen Bock hat, darüber zu reden. Schutz. Die Schutzruhne. Achtung, mir kommt rein. Und das ist ganz lustig. Denn ich habe heute mein Schutzarmband um. Mein Obsidian-Armband, mein Lieben. Und das ist Schutz pur. Ja. Obsidian-Schutz ist einfach allumfassend. Vor negativen Entitäten, vor negativen Blicken, ne. Hier. Evil Eye, wie man so schön sagt. Oder aber auch vor negativen Energien. Dieser Mann sucht Schutz. Und er bekommt zu wenig davon. Und statt ihn zu schützen, du, hast du hier quasi nochmal mehr mit draufgehauen. Das kommt mir gerade durch. Und es geht nicht darum, dass du jetzt sagst, ja, hab ich. Nein. Du kannst es auch unbewusst gemacht haben. Was mir durchkommt ist, dieser Mann hätte sich von dir einfach ein anderes Verhalten, ein anderes Verständnis gewünscht. Ja, wenn man so, schon keine Luft mehr zum Atmen hat, dann ist das schlecht, wenn einer kommt und noch mehr auf den Hals drückt, ne. Hier ist so dieses, du, mach dir keinen Stress, dann sehen wir uns halt irgendwann wieder. Ne, wenn dein Leben das wieder zulässt. Oder aber, du hast hier vielleicht so die Option gehabt, mit ihm zusammen ein Problem zu lösen. Oder einfach Verständnis aufzubringen. Das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte deines Herzmenschen. Und dieser Mann sucht Schutz. Denn bei ihm, ja, der Turm, in dem er wohnt, da knallt's gerade richtig. Da kommt von außen so ein Blitz rein. Und ich finde, guckt mal, die Rune selbst sieht aus wie der Blitz. Ein Strich und dann spaltet sie sich wie ein V, also ein Y. Es knallt in seinem Leben. Hier gibt's von außen Einflüsse, vor denen er sich versucht zu schützen. Und du hast ihm nicht auch noch Schutz geboten, sondern du hast selber mitgemacht als Blitz von außen. Wow. Diese Legung heute ist anders. Meine Lieben, Mädels, ich bin gespannt, ob's euch genauso geht. Wir machen das gerne mal öfter. Einfach mal zu wissen, was stört denn den anderen? Nicht nur, was liebt er an mir? Immer nur das tolle Beleuchten. Ich finde das gerade sehr, sehr spannend. Mir wird hier ganz schön viel durchgegeben. Und wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie negative Energien, vielleicht auch neidische Blicke und sowas alles, meine Lieben, Obsidian kann ich euch ganz, ganz stark ans Herz legen. Könnt ihr euch auch an der Haustür legen, damit das gar nicht erst ins Haus kommt, das Böse. Deswegen, hier die Runen sind auch aus Obsidian. Schutz, Schutz, Schutz. Ich hätte jetzt gerne auf Frage Nummer 3 eine Botschaft. Was traut er sich nicht auszusprechen? Wenn der ehrlich zu dir sein könnte. Was traut er sich nicht auszusprechen? Dieses Deck, ich merke schon, das wird's. Das wird's. Das ist ein Must-Have. Ich bin so glücklich, dass ich das habe, weil ich habe immer nur, neben mir stehen all meine Decks. und da ist so eine blanke Reihe von positiven, liebevollen Decks. Aber mir hat echt immer auch der Schatten gefehlt. Weil Licht und Schatten, es geht nicht, das eine geht nicht ohne das andere. Was traut er sich nicht auszusprechen? Jetzt wird's spannend. Oh, wir haben zweimal ein Un. Er fühlt sich unfair behandelt und er ist unreif. Na, kommt dir die Energie bekannt vor? Würdest du dein Herz Menschen als unreif betiteln? Weil er tut's. Er sagt das über sich selbst. Er könnte entweder jünger sein als du, weniger Lebenserfahrung haben oder einfach, was die Liebe, Beziehungen angeht, noch gar nicht so reif sein, wie er vielleicht manchmal tut. Unreif, du erwartest zu viel von mir. Ich bin noch gar nicht so reif. Und da sind wir wieder beim Thema. Der kleine Welpe. Ich habe vorhin das Wort Welpe benutzt. Ich habe nicht gesagt der Hund aus dem Tierheim. Ich habe gesagt, der kleine Welpe fühlt sich in die Enkel gedrängt. Und jetzt sagt er das auch. Ich bin noch kein reifer Hund. Ich bin unreifer Welpe. Ja, und was du da von mir erwartest, das drängt mich zu sehr. Du willst die Beziehung, du willst die Heirat, du willst das Kind von mir, das drängt mich zu sehr. Ich bin einfach noch nicht reif dafür. Ich fühle mich noch nicht alt genug. Ich will einfach in meinem Leben da noch nicht sein. Ich bin vielleicht noch so am Erkunden, am Austoben. Ich will noch meinen Spaß haben. Du lässt mir keinen Raum zum Atmen. Du willst zu viel von mir. Du erwartest zu viel von mir. Mädels, ist das ein Ding? Ey. Du hast es hier mit einem Welpen zu tun. Das ist einfach nur, ich kriege ganz so wie. Das ist einfach nur der blanke Wahnsinn hier heute schon wieder in die Premiere. Ehrlich. Karte Nummer 2. Unfair. Ich gebe dir das Gefühl, du wärst schuld, damit ich mich besser fühle. Boah. Unreifer geht's nicht, oder? Weiß ich nicht. Ein erwachsener Mann. Meint ihr, der würde das tun? Ähm, das ist ein sehr kindliches Verhalten, ja? Ich weiß, ich hab Scheiße gebaut, aber ich schiebst dir Lisa in die Schuhe. Weißt du, dann sagt Mama, sie ist schuld. Das ist sehr, sehr, ähm, feige auch irgendwo. Ich gebe dir das Gefühl, du wärst schuld, damit ich mich besser fühle. Dieser Mann hat dir irgendwie die Schuld hier in die Schuhe geschoben. Meinte vielleicht, ähm, du bist, weiß ich nicht, zu anhänglich, du willst zu viel, du drängst ihn, du was auch immer. Vielleicht hat er doch so einen ganz banalen Vorwurf gemacht. Vielleicht hattet ihr so eine spezielle Situation, was auch immer es war, ist eigentlich auch völlig egal, ja? Irgendwie hat er es so aussehen lassen, als wärst du schuld an der Situation, in der ihr jetzt gerade seid. Tja. Und das hat er dir nicht gesagt. Das hat er sich nicht getraut auszusprechen, weil das war ja die Frage. Wenn er jetzt mal ehrlich wäre, was würde er dann aussprechen? Und das ist das hier. Ähm, hier ist so ein Clinch zwischen euch beiden. Dieser Mann schätzt deine Nähe, ist aber einfach schlicht und weg unterm Strich noch nicht bereit. Ich könnte schwören, du bist irgendwie reifer als er. Eine gestandenere Frau, ähm, weiter im Leben, sicherer mit dir selbst. Du hast deine Dinge einfach auf der Kette, er eben einfach noch nicht, ja? Und obendran hat er vielleicht sogar noch eine Sucht. Okay. Dann, äh, die beiden uns sind gefallen. Was möchte sich denn mit Tarot da noch drauflegen? Ganz frischer Wind. Finde ich sehr, sehr toll heute. Macht mir richtig Spaß, hier mit euch Karten zu legen. Liebes Tarot, ich bitte um klare Botschaften. Klare Botschaften. Was traut er sich nicht auszusprechen? Sechs der Münzen. Hier ist ein Austausch, der mir reinkommt. Ähm, Geld kommt mir rein, tatsächlich. Ich habe das Gefühl, er kann dir nicht das bieten, was du verdient hättest, slash erwartest. Du könntest mehr verdienen als er, mehr Geld. Ähm, ihm ist hier irgendwas peinlich, das kommt mir hier wirklich durch. Das Geld. Mir kommt rein, ihr geht was essen, und dann kommt so der Moment, wo der Kellner kommt, wer zahlt. Ne? Und, ähm, er würde dann gerne zahlen, aber er weiß, es wäre finanziell nicht drin. Er kann hier nicht das beisteuern, sagt er. Und das traut er sich nicht auszusprechen und das ist absolut klar, warum. Männer, die, ähm, wenn es ums Geld geht, mein Lieben, da kennen die nichts. Ja? Zumindest die meisten weltlichen Männer. Ähm, die brauchen diesen gewissen Standard, die wollen der Provider, der Versorger für die Frau sein und wenn die merken, die sind instabil, wenn deren Turm wackelt im Leben, ja, und das ist kein standhafter Turm, kein standhafter Mann, sondern, äh, ein kleiner, wackeliger Welpenturm, äh, irgendwie bin ich auch total unreif und, äh, ich könnte dieser Frau gar nicht geben, was sie will. Ich genieße die Zeit mit ihr. Ein One-Night-Stand, ab und zu mal treffen, ja, Spaß miteinander haben, eine schöne Zeit, aber dann, wenn es darüber hinaus geht, dass es ernst wird, wenn sie dann kommt mit ihrer Vorstellung, oh, oh, dann bin ich der kleine Welpe in seinem wackeligen Turm, der genau weiß, das kriegt der nicht gewuppt, das kriegt der nicht gewuppt und dann gehe ich auf Abstand. Dann gehe ich in den Rückzug, weil ich weiß, ich bin unreif. Boah, das ist die Botschaft. Was möchte sich hier, noch von den Runen mit drauflegen? Runen erfüllt man immer, mein Lieben, falls er euch das fragt. Wenn er die bestellt bei mir, dann gibt es aber auch immer eine Runenanleitung dazu, also was jede einzelne Rune bedeutet, aber ansonsten immer mein Tipp, erfüllt die Rune. Eine wird euch ansprechen und die ist es dann. Ja, und da haben wir sie. Ähm, dein Herz, Mensch, die Eowas, es geht um Partnerschaft. Es geht um Partnerschaft. Die Eowas steht für Partnerschaft, für Bewegung, ja, für Fortschritt. Und hier geht es um Partnerschaft. Das ist irgendwie ein Thema bei euch. Ob konkret oder indirekt, er macht sich hier voll die Platte um eine Partnerschaft, die du vielleicht willst. Er nicht. Die irgendwie mal ein Thema war. Oder es würde einfach zwangsläufig bei euch auf eine Partnerschaft hinauslaufen, weil ihr euch trefft, weil ihr Sex habt, weil ihr was weiß ich macht. Und da sagt er, ich bin unreif, da bin ich nicht bereit für. Das ist wie, weiß ich nicht, ein kleiner Hundewelpe, weißt du, der so einen Marathon-Waldspaziergang machen soll. Da sagt er, das packe ich doch gar nicht, Mensch. Ich kann hier vielleicht bis zum Tierheimausgang laufen und dann wieder zurück, aber im Wald? Nee. Also, hier ist irgendwas, wofür er nicht bereit ist. Fünf der Kelche. Wieso liegen die denn jetzt hier? Was traut er sich nicht auszusprechen? Er vermisst dich. Ganz klar. Mir kommt rein, dass jemand hier richtig cool tut nach vorne hin, sein Leben weiterlebt, vielleicht jemand Neues hat oder einfach äußert so, nö, bei mir ist alles super, ne? Oder auch gar nicht mehr spricht, kalte Schulter. Aber in Wahrheit haben wir hier die Nostalgie. Die fünfte Kelche, meine Lieben. Wir wissen alle, was das bedeutet. Kummer, vermissen, zurückgucken, alte Fotos anschauen, ne? Sich nicht auf den Weg hier vorne konzentrieren, sondern man schaut auf die Vergangenheit, auf das, was deine Dutten gegangen ist. Man guckt zurück, man überlegt auch zurück, wer war eigentlich schuld, dass der Kelch umgefallen ist? Oh, hier ist einiges schiefgelaufen und es ist darauf zurückzuführen, dass dein Gegenüber einfach immer wieder in den Rückzug geht, weil er nicht ready ist. Nicht nur er ist nicht ready, sondern seine Welt ist nicht ready für euch. Die Welt, in der er lebt, das Geld, was er verdient, das Haus, in dem er wohnt, die Situation, in der er lebt, das ist alles nicht die Basis, die ihr bräuchtet. Und genau das weiß er und genau deswegen geht er auf Abstand. Boah. Okay. Okay. Was belastet sein Herz? Was belastet sein Herz? In Bezug auf euch beide, ob ihr Kontakt habt oder nicht, ist völlig egal. Wenn dieser Mensch an dich denkt, was belastet ihn? Wo ist so ein Punkt, wo er sagt, boah, das belastet mich? Da muss ich ständig dran denken oder das ist einfach so schwer in meinem Herzen. Was belastet ihn? Was belastet... Oh, es fällt so schön. Genau eine Karte. Genau so wollen wir das. Was belastet ihn? Ich mache mich rar, boah, um mich interessanter zu machen. Ihn belastet quasi sein eigenes Spielchen. Das Spielchen, was er mit dir spielt und das tut er scheinbar. Ich sagte, das Deck ist ehrlich. Das belastet ihn. Und da sind wir wieder bei den fünf der Kälchen. In dem Moment, wo der sich rauszieht, wo er nicht antwortet, ich habe gerade über die kalte Schulter gesprochen, in dem Moment, wo er dir nicht zurückschreibt, wo ihr jetzt seit Wochen schon keinen Kontakt habt, glaubt man nicht, dass er happy ist damit. Ihn belastet das genauso. Aber, jetzt denkst du dir, warum macht er dann so einen Scheiß? Kann ich dir sagen. Er erhofft sich davon, dass dein Interesse geweckt wird. Je länger der weg ist, desto mehr vermisst du ihn, denkt er sich. Je länger er weg ist, desto mehr hast du so dieses Jucken in den Fingern oder läufst ihm vielleicht noch hinterher. Das erhofft er sich davon. Also das eigene Spiel. Da hat sich eine eigene Grube gegraben. Das Spiel, was er hier spielt, das belastet ihn. Weil er natürlich auch darunter leidet, wenn ihr euch nicht seht. Ich habe es ja gesagt, er verbringt gerne Zeit mit dir. Er vermisst die Dates, er vermisst eure Chatverläufe, er vermisst es morgens aufzuwachen, ohne eine Nachricht von dir. Ja, die fünfte Kelche ist vermissen. Und es ist Wahnsinn. Ich habe gefragt, was belastet sein Herz? Kelche bedeuten Emotionen, Gefühle, das ist Herzenergie. Belastet, guck mal, die Dame hier, die weint. Die sieht sehr belastet aus, finde ich. Ihn belastet, dass der Kelch nicht mehr der ist, der er mal war. Ihn belastet die ganze Situation quasi genauso wie dich. Wow. Also man sieht, er stellt hier sein Ego über sein Herz. Weil ihm ist wichtiger, dass du ihn interessant findest oder er so der tolle Typ bei dir ist, anstatt, dass ihr gerade Herzenergie tauschen könntet. Ihr könntet Kontakt haben. Er behindert, blockiert das aber. Weil ihm wichtig ist, wie du ihn als Mann wahrnimmst. Boah. Also, ich hab mit einem gerechnet, aber nicht mit so viel blanker Wahrheit. Und mir kommt's genauso durch. Ihr hattet so schöne Momente, aber dieser Mann hat Angst vor der Zukunft. Wenn ihr nämlich noch mehr schöne Momente teilt, wird es zwangsläufig auf die Beziehung hinauslaufen. Ja? Weil, ich weiß nicht, es gibt bestimmt Ausnahmen, aber korrigiert mich, man datet sich nicht vier Jahre lang einfach so. Irgendwann kommt der Punkt, wo man dann sagt so, ja, Entschuldigung, was sind wir denn jetzt? Also, ich meine, wir daten uns seit vier Jahren, ne? Da sind wir vielleicht ja auch mal langsam bei einem Punkt, wo wir sagen können, wir ziehen zusammen oder wir gehen in eine Beziehung. Und vor dem Punkt hat er Schiss. Der Teufel zeigt sich. Der Teufel, mein Lieben, steht zum einen für eine Sucht im Tarot. und zum anderen für den Sex. Für die, für die Anziehungskraft. Für dieses, oh, ich will, ich muss, ich brauche, dieses, ich will's haben. Die Sehnsucht nach etwas. Schaut euch das an. Der Teufel macht die Hand auf. Der hat richtig Lust zu dir. Der hat richtig Lust, dass sich eure Hände wieder berühren. Dass ihr wieder die zwei der Kelche seid. Jetzt seid ihr so. Jeder für sich. Und er als Teufel, fühlt so, gib mir deine Hand. Er streckt quasi energetisch schon die Hand zu dir aus. Aber, sein Spiel sagt ihm, Finger weg, mein Freund. Ja, wir warten noch ein bisschen. Boah, Wahnsinn. Ast der Kelche habe ich gerade gesehen. Was eine Energie. Was eine Energie. Ich hätte jetzt ganz gerne zum Abschluss etwas, was wir natürlich nicht vernachlässigen dürfen. Und zwar eine Botschaft der Engel. Die Engel sind ja wirklich unsere besten Freunde. Ja, und dieses Deck ist quasi auch wie die beste Freundin, die man vielleicht auch in manchen Fällen einfach gar nicht hat. Jeder hat eine beste Freundin oder einen Ansprechpartner, den man mal um Rat bittet. Und deswegen, die Engel, die sind eh in der besten Position, denn die gucken von oben runter. Was sehen die jetzt gerade, was wir nicht sehen? Welchen Tipp haben die Engel hier noch abschließend für uns? nach diesen ganzen, boah, ja wirklich ehrlichen Aussagen, nach diesem ganzen Aufschluss, den wir hier bekommen haben. Was würden uns jetzt die Engel raten in diesem Moment? Welchen Tipp, welchen Rat, welchen Hinweis haben die Engel jetzt noch für uns? Für die Person, die zuschaut? Eine Botschaft, perfekt. Und da haben wir die Lichterenergie. Licht und Schatten, hell und dunkel. Nur wenn wir beides mit einem beziehen, können wir die Antwort bekommen, die wir brauchen. Es bringt nichts, sich das Leben einfach nur blanko, schön zu reden, hey, hey, hey. Nein, dann kommt man nicht vom Fleck. Oh, und hier ist der Kompromiss, das gibt's nicht. Ach, herrje. Es ist der Kompromiss gefallen. Schwarz und Weiß. Der Kompromiss ist genau die Energie aus beiden. Die zwei der Kelche sind zwei Personen, die vielleicht beide eine andere Vorstellung haben, die beide gerade nicht einer Meinung sind. Und die Engel raten, diese beiden dürfen einen Kompromiss finden. Er will Single sein, du willst eine Beziehung. Wo ist der Kompromiss, den ihr euch vorschlagen könntet, mit dem ihr euch annähern könntet, kommt mir rein. Die Engel raten, um Annäherung möglich zu machen, müsst ihr zwangsläufig einen Kompromiss finden, ihr beiden. Denn jetzt gerade seid ihr schwarz und weiß. Wenn er aber kein weiß will und du willst schwarz, was macht ihr denn jetzt? Wie wäre es mit einem Kompromiss? In eurer Verbindung einfach von Relevanz, ja, zwei, ein Kompromiss, googelt das mal, was bedeutet ein Kompromiss? Da geht es um zwei Parteien, die sich nicht einig werden. Und hier sind zwei Hände, die wollen zueinander. Wie kommt ihr denn zueinander? Indem ihr einen Kompromiss schließt. Und selbst wenn man den eingeht, gibt man sich die Hand. und ich werde nicht mehr. Ich sehe gerade, hier liegt noch ein Engel, der möchte dich ermutigen. Dieser Mensch, an den du heute gedacht hast, gib nicht auf. Gib ihn nicht auf. Ein Kompromiss könnte die Lösung für eure jetzige Situation sein. Damit aus zwei Einzelnen wieder die zwei der Kelche wird. Wow, meine Lieben, erstmal tief durchatmen. Was eine Legung. Ich bin gespannt, wie sie bei euch ankommt. Ja, die ist spicy, aber ich finde, genau das ist es. Ich bin gespannt. Den Link zum wunderschönen neuen Deck. Verbotene Geständnisse findet ihr unten im angepinnten Kommentar. Und ich werde eure Pakete mit ganz viel Licht und Liebe packen. Falls ihr euch einen Schutzstein bestellen solltet, in irgendeiner Form Obsidian, werde ich den vorher auch nochmal abreinigen und dann wird er euch begleiten. Mein Lieben, ich hab euch lieb. Wir sehen und hören uns morgen wieder. Das war meine Energie für euch. Ich hab euch lieb. und das Wichtigste niemals vergessen. Always smile and shine.